Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Gestern kommt mir endlich mal einen Punkt einfahren hier in dieser Saison, in dieser Liga. Zeit ist es geworden. Heute Bundesliga-Team unverändert dran. Ja, jetzt müssen wir siegen, siegen, siegen. Also zwei Siege brauchen wir, eine Unentschieden darf ich mir noch erlauben. Ich habe halt zu lange gepennt in dieser Saison und das rächt sich natürlich nach hinten raus. Und das ist natürlich das Ärgerliche dran. Naja, mal gucken, ob was geht heute. Das wäre schön, wenn was geht. Ach komm, willst du mich verarschen? Ich muss meine Auswärtstrikots nehmen, weil ohne Witz, das nervt. So, was hat er für ein Team? Auch ein Bundesliga-Team. Joa, sehr kompakt hinten oder sehr kompakt auf alle Fälle. Mal gucken, was geht und ob wir was machen können überhaupt. So, wir gegen den Gegner, der sehr gut aufgestellt ist. Miteinander ist in der Sturmspitze. Ist natürlich eine Überlegung für mein Bundesliga-Team, ob ich mir den hole. Weil billig ist er nicht. Das auf alle Fälle, zumindest momentan noch nicht. Aber ein guter Spieler. Kann man nicht meckern. War zumindest letztes Jahr so. Und ist, glaube ich, dieses Jahr auch der Fall. So, schöne Pässe. Ah, schade. Ah, macht den doch. Ja gut, Verteidigerbehalt da. So, Ecke. Kommt. Ah, steigen. Steigen wir zu zweit hoch. Oh, Leno einfach mal getestet. Leno, guter Torwart. Auf alle Fälle. Oh, dann mache ich den Fehlpass. Aber er natürlich auch. Ah. Das hat gerade nicht viel Schönes, dieses Spiel. Aber mal gucken, wie es gehen kann. So, komm schon. Schürrle. Ah, schade. Da komme ich nicht ganz durch. Beim besten Willen nicht. Oh, wieder zu schnell nach vorn gespielt. Das ist es natürlich. Oh, ein Wurf für den Gegner. Ja, wirft er zurück. Ist mir eh lieber als nach vorn. So, will sich hier durchkombinieren. Gibt's nicht. Oh, ich komme aber auch nicht durch bei ihm. Ja, komm schon. Boah. Oh. Das gibt's nicht. So. Wendner war hier zwischen. Aber das ist mir... Oh, was mache ich denn? Ich lasse ihn einfach durch. Oh, da gebe ich ihm das Foulspiel. Oder den Freistoß. So, mal gucken. Was macht er draus? Mit Castro will er dann schießen. Der geht einfach nur vorbei. Gut, so. So, Fährmann. Weite Ding. Kennen wir ja. Oh, come on. Wirklich? So, Fährmann. Wirf dich drauf. Wirf hinaus. Ah, schade. Den kriegen wir hier nicht mehr durch. Aber ein Wurf für uns. Komm, gib mir den Ball. Ah, so weit wollte ich nicht vorbei. Das gibt's nicht. Ja, wo habe ich das Foulspiel schon wieder gezogen? Oh, da ist viel Platz. Für Schürrle. Boah, Fährmann macht sie lang. Ecke für meinen Gegner. Sehe ich gar nicht gerne. Ecke kommt. Abstoß. Den verhaut Höhe. Das ist zum Glück. Boah. Nimm dann an, aber dann so. Na. Der setzt sich da durch. Eiskalt. So, Haraguchi. Ah. So, hier kommen wir vorbei. Schön kombiniert. Da ist er weg. Aber Schmelzer kommt nochmal hin. Zu nah an den Torwart. Schade. War eine schöne Aktion aus der Drehung heraus. So, Schürrle probiert's. Trash mit der schönen Grätsche. So, schön nach vorne gepölt. Aber hilft mir nix. Nein, hier mache ich Lücken auf. Oh, da komme ich nochmal zwischen. Passt noch. Alles im Rahmen. So, Ecke. Boah, ja komm, im Fall rückt's hier. Ach komm. Nur weil er sich's Knie hält. Der Arme. Er geht vorbei. Gut so. So, 40 Minuten gespielt. Boah, schön weggesetzt. Kann man ja mal. Da gibt mir halt jemand aus dem Mittelfeld. Danke. Am 20.000. Anlauf. Oh. Oh. War so klar. Noch da eine halbe Ewigkeit, um hier irgendwas zu machen. Direkt weiter leiden ist halt auch nicht immer was. Ja, er setzt den Körper ein. Kann man ja auch mal. So. 0-0 zur Hälfte. Nicht unbedingt das Ergebnis, was ich gerne hätte. Aber zumindest schon mal gewährleistet. Drei Schüsse haben wir gesetzt. Wow. Gleich so viele. Ist jetzt nix. Gar nix. So. Was macht mein Gegner jetzt? Bringt er jetzt noch die ein oder andere Granate, um mich hier in Schwitzen zu bringen? Oder hat er nix mehr auf der Bank, wo er sagt, ah, das könnte ich jetzt in den Ring schmeißen? Mal gucken, mal gucken. So. Ich guck ab und an mal auf die Uhr. Das ist ja auch nicht verkehrt. So. Können wir das bitte irgendwo mal beschleunigen? Ich hätt dat gern mal gemacht. Dauert ein bisschen. Der lässt sich Zeit. Der lässt sich ablaufen. So. Anstoß für uns. Das ist das Gute. Er geht gleich voll Druck. Da, wo ich nicht hinhaben wollte. Und jetzt geht er wieder in die Pause. Boah. Ohne Scheiß. Wenn ich in 30 Sekunden Pause nicht das regeln kann, was ich regeln will, dann lass ich's bleiben. Mit dem Spielen natürlich. Nicht mit dem Regeln. Aber, naja. Soll er halt mal. Wer, naja. Wer da meint, dass sowas geht. Dass er was machen kann. Ah. Bin gedemütigt. Oh, come on. Wo geht der hin? Aber egal. Einwurf für uns. Oh. Oh, komm. Direkt auf Lino geschossen. Wie unnötig. Weg damit. Was? Oh. Da war er eher dran. Ah, was ist denn das jetzt hier für ein Gebolze? Kann man ja auch mal machen. So, Trash. Ah, jetzt irgendwie rankommen, rauskommen. Ah, schade. Ah. Was mach ich denn? Da kommt der Auswurf. So, Kruse. Kriegt hier nichts zu melden. Ja. Der war nix. Na, macht er hier gut. Erstmal. Aber dann kommt nicht der entscheidende Pass. Das ist wichtig. Ja. Da komm ich nicht hin. Beim besten Willen nicht. So. Komm schon. Ach, der ist drin. Come on. Ich kann bei ihm vor dem Tor machen, was ich will. Ich kriege keine Defensive. Oder komme nicht durch diese Defensive. Aber ich kriege eine auf den Sack. Ja, Hernandez. Der Torschütze. Kommt ja gut und gerne mal vor. Putz. Damit wird der Torschütze. Und der Torschütze. Der Torschütze. Treffer. Gomez per Kopf. Es geht doch noch. Schön von Trash reingehoben. Schön eingeköpft. So wie es sich gehört. Er kommt hier mit Hermann um die Ecke. Ja, treffe ich nur den Mann. Luis Gustavo wieder ein bisschen angeschnauzt vom Schiri. Soll er halt ruhig. Passt. Schade. Wollte ich eigentlich zurückpassen, aber in dem Moment konnte er wieder nicht. Abseits. Läuft. Ah, schade. Er war nicht hoch genug. Ja. So, schön durch hier. Pulzt jetzt auch drin. Wieder Gomez zum 2-1. Schön den Konto ausgespielt. Und im Fall macht er den rein. Gegen Leno. Ah, okay. Einmal hier rüber, bitte. Ah, schön kombinieren. Ah, schade. Da geht es nicht zu Gomez. Oh, Hermann weggegrätscht. Okay, ein bisschen aggressiv. Dafür auch die gelbe. Für Schmelzer. Da muss ich ein bisschen aufpassen mit. Ah, läuft. Ah, schade. Da hätte ich eine hohe Variante ansetzen müssen. Ah, da kommt er durch. Oh, abseits. Mein Glück. Oh, hier weit nach vorne. Oh. Was mir gar nicht hilft. Oh. Oh. Maraguchi. Gomez. Schöner Schussversuch. So. Hier rein damit. Oh, schade. Oh. Naja. War ein Versuch wert. So, Gegner mit weitem Ball. Da kommen wir schon mal hin. Schon mal ein bisschen ruhiger entschärft. Luis Gustavo ist platt. Schmelzer macht's. Götze verletzt. Schön nochmal rübergelegt. Oh. Gomez ist fast... Nicht zu stoppen. So. Passt. Gewonnen. 2-1. Die ersten drei Punkte. Oder insgesamt vier Punkte. Jetzt brauche ich nur noch vier für den Klassenerhalt. Hui. Es geht doch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen mit mir weiterzittert. Bis dahin. Ciao und tschüss. Tschüss.